Das Deutsch-Französische Jugendwerk, das 1963 eingerichtet wurde, war in einem ehemaligen Hotel untergebracht. Das ist dann leider, als das Deutsch-Französische Jugendwerk nach Berlin und nach Paris umzog, dieses Hotel abgerissen und auf diesem Gelände ist heute diese Wohnanlage entstanden. Deswegen erinnern wir mit der Tafel an diese zentrale Station, sehr, sehr zentral, des Deutsch-Französischen Nachkriegsprozesses. In dieses Hotel sind die ersten Mitarbeiter des D4TW eingezogen. Die wohnten sozusagen und arbeiteten in ehemaligen Hotelzimmern. Jeder hatte auch noch seine Seife und sein Handtuch mit auf dem Zimmer. Und aus dieser, man kann sagen, Arbeitsatmosphäre, die sehr stark improvisiert war zu Beginn, hat sich das Jugendwerk dann über die Jahre entwickelt. Ich persönlich war von den 37 Jahren, die das Jugendwerk hier in Röndorf war, 35 Jahre mit dabei in verschiedenen Funktionen, mit vielen Kollegen, die heute auch hier sind, um den Geburtstag des Jugendwerks, den 50. zu feiern. Ich war seit 1971 Mitarbeiterin des Deutsch-Französischen Jugendwerks, habe in verschiedenen Bereichen, Jugendsport, Berufsbereich gearbeitet. Und die Arbeit hat natürlich immer sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, den Röndorfern ist nicht nur Adenauer bewusst, sondern auch diese Verpflichtung aus dem Deutsch-Französischen Jugendwerk bewusst. Und man hat den Eindruck, wenn man hier sieht, wie viel deutsch-französischen Dialog die Schulen einbringen, man hat auch den Eindruck, dass sie tatsächlich im Geiste des Deutsch-Französischen Jugendwerks, auch mit seiner Hilfe und im Geiste Konrad Adenauers hier, weiterarbeiten. Adenauer hat in Röndorf in seinem Wohnhaus nur sehr selten Staatsmänner empfangen, zu besuchen. Bei General de Gaulle hat er zweimal die große Ausnahme gemacht. Und diese beiden Ausnahmebegegnungen 1961 und 1962 führten direkt hin zum deutsch-französischen, zum Elysée-Vertrag, zum Freundschaftsvertrag. Das ist Röndorf am Rhein. Das Haus ist so geblieben, wie Konrad Adenauer es hinterlassen hat, als er 1967 gestorben ist. Es erzählt ganz viel über seinen Bewohner, wie er sich eingerichtet hat, mit was er sich umgeben hat, was ihm gefallen hat. Und wenn sie mit offenen Augen durchs Haus gehen, werden sie viel über seine Vorlieben, auch über seinen Charakter lernen. Und zu sehen sind ganz viele Erinnerungsstücke an sein politisches, an sein privates Leben, die Geschichte und Geschichten erzählen. Kleine Geschichten und große Geschichten. Charles Gohl war hier in diesem Haus zweimal zu Gast. Und daran erinnern auch die Startuhren hinter mir. Und gerade für französische Besucher heute ist das natürlich wunderbar, hier den ehemaligen Staatspräsidenten stehen zu sehen. Als der damalige Minister für Jugend und Familie vom Elysée-Vertrag zurückkam, gab er mir den Auftrag, den Vertrag vorzubereiten zur Errichtung des deutsch-französischen Jugendwerks. Und wir wurden von de Gaulle in Paris im Elysée-Palast empfangen. Und wir saßen im Matignon in der großen Runde mit dem Kuratorium. Und es war ein großer Aufbruch. Und es war also große Freude für mich. Und natürlich, für mich war es ein einmaliges Erlebnis. Viele ehemalige Mitarbeiter heute bei diesem Fest sind, die sich im Freundeskreis für das DFJW organisiert haben. Und zusammen mit der Stiftung Bundeskanzler Adenauerhaus, der ich sehr danken will an dieser Stelle, dieses Fest, deutsch-französische Fest, organisiert hat, was auch ganz stark die Jugend mit im Fokus hat und das Jugendwerk damit feiert. Es ist natürlich eine sehr schöne Erfahrung, auch in einer anderen Familie, ohne meine eigene Familie auszukommen. Und die Sprache wird natürlich besser. Und man kommt besser alleine zurecht. Ich brauche halt nicht dann meine Familie. Und das ist ja auch gut für das spätere Leben, wenn ich alleine zurechtkomme auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.